Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 4. Damit sich Zoe an diesen wundervollen Tag erinnern kann, dass jemand schwanger war, möchte Philipp ein Foto machen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber man kann jetzt nicht ganz genau sehen, dass sie schwanger ist. Aber naja, auf jeden Fall, das ist sehr freizügig angezogen für eine Schwangere. Sie schäbt sich für nichts. Warum auch? Warum sollte sie sich dafür schämen? Und sie posiert schon mal ganz gut und Philipp versucht sich als Photograph. Mal gucken, was für Positions sie noch alles macht. Und versuchen wir gleich noch ein Foto zu machen. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ach so, war das so. Genau, zeig deinen Bauch, girl. So, schaut. Gut, haben wir eigentlich eine Kamera? Oder nicht? Gut, können wir da auch theoretisch Fotos machen. Schauen wir uns mal einfach die Fotos an, wie sie überhaupt geworden sind. Ach so, da. Nochmal, nochmal. Oh, Moment. Verschiedene Fotos. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Augenblick. Das sind die Fotos. Die Qualität ist nicht so besonders, aber... Ja, mei. Aber wir könnten ja eine Kamera kaufen. So. So. Wieso, Feiertag? Ich brauche keine Feiertagssachen. Hm. Da ist eine Kamera. So. Was haben wir denn alles für Kameras? Gut, 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 gut. Haben wir denn noch eine? Also, wir haben so eine. Dann haben wir diese da. Ja, gut, dann haben wir die. Moment. Ach da. Los, jetzt kann ich mir das nicht leisten. Wie furchtbar. So. Die können wir ja da lassen. Jawohl, du könntest ja schauen, was für Fotos wir da machen können. Da. Foto machen. Ach, schmal. Foto machen von. Ach, hier kann man zoomen, schau. Kann ein mittleres Foto machen. Ups. Oh, da kann man nicht sehen. Egal. Ein bisschen ran zoomen. So. Upsala. So. Ah, jetzt haben wir das hier. Oh, hervorragend. Das gibt gleich eine bessere Qualität, als mit dem Handy. Jetzt. Und ich meine, da bald das Baby rauskommt. Das klingt, äh, das neue Baby. Kommt raus. Da kann man aber nicht sehen, dass sie schwanger ist. Aber die Qualität ist schon mal viel besser. Mhm. Ja, ja, ja. Das wird trotzdem weggesch... Verkauft. So. Ihr geht dann woanders hin. Geht mal da hin. Ich mach schnell ne Pause hier. Das ist doch perfekt. So. 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 Machen wir mal ein Foto. Zack. 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 Zui möchte natürlich, ähm. Das ist schon wieder was anderes. So. Gut. Philipp möchte natürlich auch. Nein, gar nicht. Ja, wohl. Machen wir mal ein Foto mit. So. Ich schau mal, wie das dann wird. Ja, gut. Aber du könntest von deinem Mann Fotos machen, Zoe. Philipp stellt sich mal hier hin. Und sie bekommt die Kamera. Und du stellst dich einfach hier hin und machst Fotos von deinem Mann. So. Zack. Foto machen von Philipp. Ah. Aber jetzt wirst du es wohl hinbekommen, oder? Schau mal. Ja. Du könntest doch anders posieren, Philipp. Also, du könntest schon ein bisschen dann hier auf Model machen. Foto machen von. Komm schon. Gib dein Bestes. Nein, das ist auch schlecht. Ich glaube mit diesem... Ich glaube mit diesem... Was? Nachts... In der Stimmung... Genau. Äh... Wo ist denn das? Die Kamera... Da? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ja... Wo ist denn das? Ich darf einfach... Ich bin noch ein Model. Äh, ja, okay. Schauen wir mal, ob die Fotos was geworden sind. Ja, gut. Ihre Fotofähigkeit ist halt noch nicht so gut wie seine. Wobei ist sie denn? Fotografie. Gerade mal bei 1. Und er ist schon bei 3. Ja, ja, nicht? Und diese Fotos? Weg, weg. So. Das ist schon mal. Dann machen wir es hier hin. Und Iris machen wir da hin. Da. Und die sieht es aus. Ja, wonderful. Models. Models. Die Kinder werden wahrscheinlich auch wunderschön sein. So. Äh, nee. Äh, hier. Äh. Wird sie bei Affen machen? Irgendwieso nicht. Warst du? Ein Lama ist fast wie ein Affe. Aber ein Affe ist ein Lama. Ah. Äh. Den Witz habe ich fast verstanden. Hä, hä, hä. Das ist voll toll. Ja, komm her. Ich hab einen riesen Bauch jetzt. Das kommt vom Techtelmechtel. Ja, das kommt wirklich vom Techtelmechtel. Sie macht Fotos mit einer nicht vorhandenen Kamera. Ja, ja, ja. Mit Abschillregeln. Das haben sie immer noch nicht rausgepatcht. Nein, du sollst posieren, ja. Wo willst du das? Paparazzi mit Drohnen. Servi mit, äh. Äh, was soll ich denn wegzugehen? Okay, Gott. Ach, ich bin müde. Ich leg mich kurz hin, ja. Götchen machen. Man kann verbessern seit dem Update. Das, die Betten. Weil morgen kommt hier das Tiny House. Pack raus. Und, ja. Also nicht posen. Für, also Paparazzi. Philipp. Philipp. Hi. Ich bin, äh. Selbstverliebt. So. Da ist wieder eine Verleihung. Und bald haben wir, oh, wir haben noch. Ne, wir haben noch. Über eine Woche Sommer. Dann ist Herbst. Brrrr. Hi, ich bin Philipp. Wie bist du eigentlich in meinen Hintergarten gekommen? Äh, danke, danke, danke. Gut, jetzt geh aber weg. Äh, bitte zu gehen. Du bist auf meinem Grundstück, Mädchen. Gehen Sie sofort von meinem Grundstück weg. Sie unverschämte Person. Äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Entschuldigen Sie, Sie können doch nicht einfach... Naja, ist ja auch egal. Aktuellen Film ansehen. Ne, ne, du, du könntest auch mal was anderes machen hier. Ähm, 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 was ist das? Schlaf. Energie. Ach, da hat er schon eine Kamera. Achso. Naja, das ist dann ihre Kamera. Er hat so eine Professionelle und sie hat so eine... Sie kriegt dann die, 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 die Frauenkamera. Ja, ja, ja. Das ist eine Frauenkamera. Ja, jetzt hab ich es gesagt. Ja, ja, ja. Hi, hi, hi. Nein, du liest das nicht. Du kannst, wenn, dann schon, äh... Geschicklichkeit verbessern. Verbessern. Schauen wir mal auf die Nummer zwei. Band zwei. Jetzt fahren wir gleich, bevor du dich erlangweilend tust. Also, was gab's vor dem Update? Ja, dass man die Betten halt verbessern kann. Man kann die Quality verbessern. Äh, was kann man noch? Ja, keine Ahnung. Sonst hat euch das Update eigentlich nicht wirklich was gebracht. Ich glaub, Bugfixes. Ja, vielleicht könnt ihr ja was kochen, ne? Dankeschön. Ja, koch mal was. Ein Gourmet-Menü zubereiten. Könntest du Mandelmakronen machen? Oder frittiertes Gemüse? Ja, machen wir frittiertes Gemüse, ja. Ja, ich bin ja schon dabei. La, 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 la. Das wird aber keine besonders gute Qualität sein. Ja, das macht ja nichts. Das ist dann deine Frau. Hat er das wirklich gesagt? Ha, 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 ha. Und ja. Oh, er hat dann... Achso, da ist es ja erst die Feinschmecke, weil kochen kann er ja perfekt. Schauspielen kann er perfekt. Charisma hat er fast perfekt. Fehlen noch 4%. Und das war's eigentlich. Den Rest muss er noch verbessern. Singen kann man schon bis 10 machen. Das Tanzen war bis 5. Ah, 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 ah. Böse, böse, böse. Dein Mann kocht gleich für dich. Schimm mal deine Basishalle. Geh kacken oder so. Ja, Pipi machen. Aber, aber, aber. Nein, kein aber. Du gehst sofort ins Kack-Scheißhaus. Äh. Philipp kann jetzt Butternut, Gnocchi und Hähnchensalte im Bocken so bekommen. Mh, halt die Hähnchensalte im Bocken. So, boom, Däsch. Ja, ausgezeichnet. Frittiertes Gemüse. Keiner weiß das sein. So. Oh, ja. Oh, das ist so. Wonderful. Wonderful hier. Frittiertes Gemüse. Und, na, da kann... Ups, falsch, hoppla. Äh, Laisen. Genau. Da verbessert deine Geschicklichfähigkeit. Ich hab so'n Hunger. Ich nehm dir ein Gericht. La, oh, ich bin so schwanger. Bum, 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 bum. La, 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 la. Oh. Dann entbinde ich denn endlich. Ich will ja nicht dieses Baby aus mir raus haben. Mampf, 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 mampf. Oh, ups. Oh, ups. Oh, oh, oh. Hi, hi. Es kitzelt in meinem Popoloch. Ja, in meinem Popoloch. Hi, 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 hi. Was hat die denn für Talente? Fitness, Szene, Sonne, ja, ja. Garten, aber das noch gut. Da ist es, naja, so meh. Eher so schlecht. Epscht, aus Büsses. Und jetzt, ja, ich bin nur in. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ach, ich könnte eventuell nicht mal das Baby rausscheißen. Ach. Da war plötzlich ein Kuchen in den Kühlschrank. Ich leg nicht mal eine Küche. Wenn man das da reintut, dann ist es drin. Ja. So, so, so schießt das also aus, wenn man... Oh, er muss heute arbeiten gehen. Hm. Auftritt repräsentiert in Sigma-Landung auf dem Olymp. Das kann kein Drehtag sein. Hm. Äh, ja, genau. Ja, genau. Keine Ahnung, wie ich den gesprochen habe. Äh, ist ja egal. So. Wird das Baby noch in dieser Folge rauskommen, oder nicht? Schatten, wenn... Nein. Nein, nichts, nichts, nichts. Man müsste South Park kennen, um zu wissen, was ich meine. Was für Inch... Ich hab noch gar keinen Raum für das Baby. Ach gut, so lange es ein Baby ist, äh... Sit-Ups machen, genau. Make my sit-ups, boy. Ja. Diese Glitches sind auch noch nicht rausge... Ja, du hast doch gerade hier getrainiert. Opfer. Kotzen, 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 Kotzen. So, du musst doch in die Arbeit. Äh, äh? Hm, schauen wir mal. Ein Dreht, so nach später, Stund. Oh, alle. Hey, alle feiern mich. Danke, danke, danke. Gut. Äh, ja, ich mein... Hoffentlich kommt jetzt nicht das Pipi raus. So. Story auf Sinstagram-Posten. Warum das so aber als Aufgabe gehört, weiß ich nicht. Einen Moment, ich muss das mal schauen, wie man das macht. Telefon, Sinstagram-Story. So, Telefone... Ah, 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 ah. Sinstagram-Story. Da. Hier muss ich noch was für Sinstagram-Story posten, ja. Das ist... Prischa Trivedi. Gut. Klotzen mich jetzt alle an, oder wie? Einem Sim am Set ein Kompliment machen. Dag Dag. Hey, hey. Ich mach dir mal ein Kompliment über dein Outfit. Das ist mega toll. Judith Roth. Dann... haben wir hier... eine Szene, eine Stirn. Tja, in dieser Folge wird das Pipi wohl nicht rauskommen. Äh... Ich würde mal sagen, ich würde die... diese Arbeitstätigkeit jetzt beenden. Ich lade jetzt gleich die Folge hoch. Vielleicht schaffe ich das. Jetzt haben wir 16.26 Uhr um 18 Uhr, so will ich die Folge ja auch oben haben. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge bei The Sims 4. Und ich denke mal, morgen wird auch eine kommen. Weil ich jetzt eine aufnehmen werde. Und die werde ich jetzt hochladen. Gut. Bis bald. Bis dann. Bis morgen. Bis... Irgendwann. Ciao.